Ich freue mich sehr, dass Sie zuschauen. Hier ist Genial daneben. Auch heute am Samstag sind wir für Sie da mit einer neuen Folge. Es ist nicht die Wiederholung von gestern, da saßen ganz andere Menschen. Heute haben wir freundliche Gesichter. Thomas Hermann ist ein bisschen verschnuppt, ein bisschen vergrippt. Verkühlt, verkühlt. Ich sollte jetzt mit meiner Stimme, glaube ich, meine erste Chanson-Platte aufnehmen. Hermanns singt Milva, dachte ich, wir haben mal ein schönes Projekt. Milva. Milva, Milva. Hermanns singt Milva. Ich mag die Schwall, du klug und so, ne? Das könnte ich doch mal bringen. Aber es steht dir gut, finde ich. Danke schön. Ich finde es nur Noah. Ich biete mal was Sonores an. Finde ich sehr schön. Wenn ich was weiß, klingt es besser. Auch vom Akustischen her mal etwas Neues. Ansonsten alles beim Alten. Ja, ich saß gestern schon hier, aber ich habe was anderes an, Herr Waller. Das ist richtig. Auf und Sinn wird wie immer von Teflon gesponnen. Natürlich. Und synchronisiert von Peter Kraus. Aber das haben wir nicht. Wir fangen... Habe ich das jetzt verstanden? Wir fangen vorne an. Wir müssen uns anständig benehmen heute, meine Damen und Herren. Thomas Hermanns Eltern sind im Publikum. Also nichts unter die Gürtellinie. Deswegen ist auch die erste Frage ganz anders jetzt. Ich bin gespannt, Herr Waller. Benjamin Illmann aus Lieskau liegt in Sachsen-Anhalt. Also nicht Benjamin, sondern Lieskau. Und Benjamin Illmann möchte wissen, was ist eine Nagelungsfigur? Ich denke, wollen Sie mich unter die Gürtellinie gehen, Herr Waller. Ich gehe nicht. Also nochmal. Nagelungsfigur? Ja. Und es ist nichts aus dem Kamasutra von wegen, wir nageln uns, es wird eine lustige Figur draus. Nagelungsfigur, nicht? Was weiß ich? Sind das nicht ganz einfach diese Leute, die im Nagelstudio arbeiten? Ja. Nennt man die einfach ein bisschen herablassend ab und zu Nagelungsfuren? Hallo, hatten wir nicht in den 70er Jahren diese albernen Quadrate mit den Nägeln und wir drückten unsere Hände rein und stellten sie auf den Wohnzimmer zu Hause? Ja, wir behaupteten, es wäre Kunst. So war's. I war das ekelhaft. Falsch. Hättest du mich jetzt auch gewundert, Herr Waller. Vielleicht kommt das, wenn die Chippendales auftreten, da gibt es ja manche, wenn die mit freiem Oberkörper Nägel in einen Holzkopf hauen, dann müssen die eine gute Figur machen, die sogenannte... Die Chippendales hauen doch nicht Nägel in das Holz. Das wäre auch neu. Die machen, dass die Frauen ans Nageln denken, aber die hauen doch keine Nägel ins Holz. Hast du denn die Chippendales schon mal gesehen live? Ich bin ein Chippendales. Ja, zeigen. Zeigen. Okay, hallo. Inwie habt ihr mal ein bisschen Musik für uns? Herr Rohröcker will sich ausziehen. Ihr Lieben. Also, Deine Torer zeigt uns jetzt eine Nagelungsfigur, ja? Ja, genau. Das ist arschig. Ah! 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 Hier, 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 am Fünfer. Entschuldigen, Herr Waller, aber da müssen wir doch, glaube ich, Geld in die Unterhose stellen. Ich denke an verschiedene Igelarten, die ja auf die alte Welt beschränkt sind, die man als Fachmann an den Nagelungsfiguren erkennen und definieren kann, die der sich rollende Igel im lockeren Erdreich zurücklässt. Aber ich dachte immer, der Igel hat Stachel und keine Nägel. Ja, außer der Nagel-Igel, der berühmte sibirische Nagel-Igel. Der ist natürlich die Heavy-Metal-Version des Wald- und Wiesen-Igels. Wenn so ein Igel sehr alt ist, dann nadelt der nicht nur alte Weihnachtsbäume, sondern er nagelt. Der Weihnachts-Igel auch gern. Ich war ja acht Jahre Messdiener. Und ich glaube einfach, weil irgendjemand muss ja auch diese Kreuze zusammenbasteln. Die werden ja auch geklöppelt. Ach, wie das Inri? Die Nagelungsfiguren. Und dann gibt es natürlich so Bausätze, die man auch gerne kaufen, im Vatikan auch bestellen kann. Da gibt es so zwei kleine Holzblöckchen und dann gibt es halt auch eine Nagelungsfigur. Die kommt in die Mitte, die darf auch nicht zu schwer sein, damit die nicht rutscht. Und das ist der Jupp. Jupp. Der Jupp. Das ist die Nagelungsfigur. Oder nicht? Weil... Ist auch so. Ne? Aber ich überlege mal, Gott sei Dank ist der genagelt worden und nicht ertränkt. Das hätten alle ein Aquarium über der Tür. Das wäre ja auch scheiße. Kann das aus der Steinzeit kommen? In einer Zeit, als es noch keine Hammer gab. Der Hammer war noch nicht erfunden. Da mussten noch einzelne Menschen, die waren also für das Nageln zuständig, die wurden gerufen in der Steinzeit mit dem Kopf. Und dann sagt er immer, bitte, Nagelungsfigur, komm. Und dann macht er immer so und hat den Nagel reingehauen. Nein. Aus der Steinzeit. Ich glaube, das kommt aus dem Kindergarten. Und zwar gibt es, es gibt so ein schönes Spiel. Da wird auf einem Korkbrettchen, wird ein Blatt hingelegt. Dann wird eine Figur, eine Form drauf gelegt. Dann geht man hin mit einem, mit so einem Stab mit einer Nadel dran und macht so... Um die Blume rum. Und wenn man dann das Muster wegnimmt, hat man ein Loch, eine Blume in Form von genagelten Löchern. Und das ist eine Nagelungsfigur. Aber du hast auch nicht mehr viele Freunde, Bernd. Mit was beschäftigst du dich? Mit Kindergärtnerinnen. Das Gute ist, dass der jetzt einen Schuh ausgezogen hat und ich sitze daneben. Und das Schöne, was die Leute zu Hause und ihr nicht sehen können, der Socken, der ist vorne am dicken Onkel ein bisschen kaputt. Und da kommt vorne so ein sehr schlecht geschnittener Zehennagel raus. Und das ist in Wirklichkeit eine Nagelungsfigur. Sehr gut, sehr gut. Eieiei. Ist es denn Zimmermannshandwerk grundsätzlich? Nein. Nee. SM für kleine Dominas, so ein Spielzeug oder sowas. Ah, Ausbildung? Ausbildungsberuf. Ausbildungsberuf für Dominas. Ja, für kleine, so für... Wir wissen auch nicht, dass auf der Kirmes, wo man mit drei Schlägen die Nägel rein nageln muss. In Österreich auch sehr gerne beim... Da wird gern nagelt auf der Hütte. Nein. Ich fürchte, wir kommen nicht mehr. Ihr kommt nicht drauf, ich werde es euch sagen. Während des Ersten Weltkriegs wurden überall in Deutschland auf öffentlichen Plätzen lebensgroße Holzfiguren aufgestellt. Während des Ersten Weltkriegs. Gegen einen Obolus konnte jeder in diese Figuren einen Nagel hämmern. Diese Aktion diente dem Eintreiben von Geldern zugunsten von Kriegsweisen und Kriegswitfen. Und auf diese Weise sollte die Solidarität zwischen Heimat und Front bezeugt werden. Die Verbundenheit der Zivilbevölkerung mit ihren Soldaten und deren Hinterbliebenen. Anschaulich gemacht durch einen mit Nägel gerüsteten Holzsoldaten. Daher Nagelfigur. Man konnte goldene Nägel wählen, die waren dann teurer. Pro Nagel musste man bezahlen. Ich weiß nicht, was das damals gekostet hat. Ich hätte hier 5 Euro, Herr Balder, wenn ich Sie dafür ein bisschen... Oder man konnte normale Nägel nehmen und so wurden die Kriegswitfen und Weisen unterstützt. Und dann hatte man diese Figur und die wurde dann zugenagert. Und dieser Fachbegriff, der hat sich ergeben damals, oder? Der hat sich ergeben, ja. Das war die sogenannte Nagelungsfigur während des Ersten Weltkriegs. Herr Balder, das mag Sie sehr interessieren, aber wir sind echt eine andere Generation. Das ist mir völlig egal. Hauptsache Benjamin frisst 500 Euro. Mehr will ich gar nicht. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt habe ich eine Frage, dass man heute eher Piercing zu sowas kommt. Das kennen Sie nicht, aber das gibt es auch. Aber Piercing bei Holzfiguren, weiß nicht, lohnt sich das? Habe es noch nicht gemacht. Aber da ging es nur um die Solidarität, das war jetzt kein großer Spaß für die Leute. Nein, da ging es nur um die Solidarität und man musste pro Nagel so und so wie Geld bezahlen. Das kam dann diesen Leuten zugute. Dann stand so eine Holzfigur und die war dann voller Nägel. Super. Was ist mit den Figuren passiert? Gar nichts. Die standen da rum. Ja, da stehen die heute noch irgendwo. Und dass man bis heute nicht davon, was du auch sagst, keine Zeit davon gesehen hat. Ja, ja. War einfach so. Einfach so. Nagelungsfigur. Caroline Köhne wohnt in Rastede, das liegt in Niedersachsen. Und Caroline möchte gerne wissen, was ist ein Blaskopf? Was gucken Sie jetzt mich wieder an, Herr Balder? Also ich hätte einfach... Meine Eltern sind hier. Gucken Sie dann hier an Gedanken. Ich hätte es ganz einfach nur Nadel gesagt, aber... Ist doch ein Dschungel, die hört das doch. Denk mal in eine andere Richtung. Also Technik, ich glaube durchaus Technik, zum Beispiel Erzverhüttung, da wird geblasen. Dein Thema, Erzverhüttung. Oben am Hochofen befindet sich der Auslass für die heiße Luft, von unten wird reingeblasen durch den Blaskopf. Ich glaube, der Blaskopf ist eine krankhafte Nebenwirkung des Trompetenspielers. Ich bin auch bei Musik. Das ist das... Das ist das zu lange Oboen-Solo. Stefan Ross praktisch. Stefan Ross hat einen Blaskopf. Genau. Als er das noch nicht merkt, hat er irgendwann mal Stefanie Hartl kennengelernt. Das geht das ja auch gar nicht. Das ist unkontrollierte Anschwellen von im Kopf befindlichen Blutgefäßen. Wo? Im Kopf befindlichen Blut... Ja, in den Füßen zum Beispiel. An den Wangen. An den Wangen. An den Wangen. Ich glaub eher, dass er wieder bei einer Glasstelle dabei ist. Hier. Nein, in deine... Glasstelle dabei ist. Moment. Ich meine jetzt... Ich meine jetzt wo im Kopf? Wo? Wangen, Augen... Ne, das ist gut. Augen ist gut. Ne, ich glaube... Nase oder Ohren. Ohren. Backen. Also Wangen. Weil das ist ja, wenn man nämlich zum Beispiel einen Luftballon aufbußt und der ist viel zu schwer. Zum Beispiel ein Autoreifen. Dann, wenn man da... Ja, das ist schwierig. Dann kriegt man nämlich, wenn man nämlich den Fehler macht und die Backen mit, wird es nämlich so... Und tut das irgendwann weh. Ja, genau. Das tut dann weh. Der Laubfrosch. Also Wangen nicht. Also Augen nicht, Nase nicht, Wangen nicht, Mund nicht. Nebenhöhlen, Stirnhöhlen. Also irgendetwas, was natürlich sich aufblähen kann dadurch. Die Lippen. Und es gehen langsam die Kopfteile aus. Nein, nein, nein. Oberlippe. Gehirnhau. Aber es hat eine Musik. Das ist das Phänomen. Es hat überhaupt nicht so eine Musik. Achso, Entschuldigung. Aber es ist doch völlig falsch alles. Also sind wir denn... Ach, sind wir denn... Jetzt nur einfach mal auf so eine falsche Fährte. Wissen Sie, Herr Balder, was ein Hasskopf wäre? Was ist denn denn hier eine Blasfläche? Achso, ihr Lieben. Ich werde es. 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 Face it. What? Gummersbach. 1968. Agatalsperre. Yes. Das kleine dicke Heli mit der Luftmatratze am Wasser. Ja. Luftmatratze. Aha. Gummersbach. Ja. Das ist der Blaskopf. Das ist der Blaskopf. Nein. Das ist das runde Teil. Nein. Vor dem... Ich glaube, wir sind in der Glasbesserei. Ja. Und es wird ja durch ein Glasblasrohr, wie auch immer, dieses Gefäß geformt. Und da gibt es natürlich auch einen Blaskopf, der ganz oben dran ist, wo der Glas besser reinpustet. In den Glaskopf. Natürlich. Ja. Schön. Wenn man sehr verschlüpft ist und man hat eine starke Erkenntnis, wie Herr Hammer zum Beispiel, da wird man sehr blass. Das ist der Blaskopf. Nein. Und das ist ja mit den Indianern am Amazonas, die immer noch... Viele Grüße. Achso. Achso. Wissen Sie, Herr Beine, dass mir Ihre Attitüde überhaupt nicht passt? Also einer sagt dieses weiter, 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 wir quälen uns alles ganz falsch. Dann sind wir, machen wir ganz neue Denkansätze und dann Ihre albernen Zwischenbemerkungen. Ja. So kenne ich das, wie ich... Also, ich mache es viel. Also, weißt du was, wenn wir uns nämlich alle zusammen tun und gar nicht mehr mitmachen. Wie war das mit dem Indianer eben? Lass mich. Ja, ich wollte nur sagen, das ist falsch, aber im Ansatz. Sehr schön, auch schön formuliert jetzt. Der Blaskopf ist ein Sitzstreik. Ja, ich sag, ohne uns können Sie die Sendung auch nicht machen. Kommt, Kinder, nochmal, das ziehen wir jetzt durch. So, komm. Ich bin jetzt wirklich satt. Wir setzen uns jetzt. Wir setzen uns jetzt. Wir setzen uns jetzt. Wir wollen Respekt. Genau. Wir wollen Respekt. Wir wollen Respekt. Wir wollen Respekt. Woher kommt eigentlich der Begriff Sitzdemonstration? Nein, Herr Balder, jetzt ohne Quatsch, so geht das nicht. Wir müssen reden. Wir können ja reden. Ich möchte gerne wissen, was im Blas kommt. Wenn wir menschen vor ihr, bluten wir dann nicht. Ihr nicht. Also, wenn ihr euch da wohler fühlt, ist mir Wurst. Also was ist ein Blaskopf? Wenn du beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt bist und du hast irgendwie, der ist das Öhrchen zu. Ich bin mal gespannt bei dem ersten, der Arsch schwebt. Das Öhrchen ist zu, dann kriegst du ja vorne so einen wunderbaren Kegel ins Nasenloch rein und dann wird ja mit Druckluft unten reingeblasen. Und du musst Kuckuckuck sagen, was sind wir total ätzend. So hinten im Rachen und das ist ein sogenannter Blaskopf. Habt ihr das schon gemacht? Ja, natürlich. Das mache ich täglich. Also, da es sich ja nicht um ein Instrument oder Teil eines Instrumentes handelt. Ich warte nur ab, ob sie es so tun, als hätten sie das. Verstanden? Dann kriegen wir die alle in eine Kamera. Sparen wir Geld. Vermutlich, es kommt aus der Küche. Und zwar aus dem, es ist ein Dampfkochtopf und der Blaskopf ist oben das Ventil, wo das kochende Wasser heraus kommt und heraus bläst. Vielleicht sollte, wir können ihn ja weiter ablenken und einer geht mal hinten rum und guckt auf die Piste. Nichts, 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 nichts. Was ist die Hand? Pass auf, wir tun es so einfach. Ja, ja. Das ist aus der mittelalterlichen Lautverschiebung. Das ist kein Fröschen. Er hat mich verarscht. Ich werde es euch einfach mal sagen Wir nehmen das Angebot unter Umständen als Friedensangebot Also pass auf, Blaskopf Der sogenannte Blaskopf ist Teil einer Anlage zur Herstellung von Plastiktüten In so einer Anlage wird Kunststoffgranulat erhitzt und verflüssigt Und dann in den Blaskopf geleitet Dort wird durch einen permanenten Luftstrom der flüssige Kunststoff Schlauchförmig nach oben aufgeblasen und abgekühlt Ohne Blaskopf gäbe es keine Plastiktüte Ist es soweit verstanden? Also ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen Gut, da freue ich mich für Caroline Köhne aus Rastete 500 Euro für Sie Gratulieren, sehr gut Ich werde mich jetzt auch bemühen und werde euch jetzt immer helfen Ja, jetzt wird es gut Jetzt sehen Sie ein bisschen auf die Barbara Saarlesch Ich bin Barbara Saarlesch Markus Lechner kommt aus Pullheim, ist aber heute Abend hier Markus, wo sitzt er? Da ist er Markus Markus Markus, pass auf, du weißt, wir können aufstehen Markus aus Pullheim Ich drücke Ihnen alle Daumen, Markus möchte folgendes wissen Warum stehen rund um den Aachener Dom auffallend viele Häuser mit Flachdächern? Karl der Große, der wohnte ja in Aachen und um den Dom sehen zu können, der war nämlich gar nicht so groß Musste man so tun, als wäre das Verhältnis zu dem Dom und sozusagen, der Karl Ja, finde ich sehr klug Sehr klug Danke Und warum jetzt die Flachdächer? Es gab nur eine maximale Raumhöhre Man musste noch was reparieren, man musste halt an diese Statuen dran und dann hat man die Häuser so nah dran gebaut und die waren so nah dran und um irgendwas sauber zu machen oder zu reparieren musste man auf diese flachen Dächer und nicht auf diese Spitzdächer Da waren wir noch mal sehr langen Arm Also Ja, ja, so einfach so als statt einem Gerüst Was hat denn Flachdacht? Eine Garage Das war die Garage vom Bischof, da hat er seinen Mercedes reingestellt Aber wenn wir bei Karl dem Großen sind, vielleicht gab es ja wirklich irgendein Symbol oder ein Gebäude für die staatliche Macht, also den Kaiser und eben die christliche Gedönsratsgräge und die mussten sich irgendwie in Kontakt Mussten die sein und deswegen durfte zwischen diesen beiden Gebäuden nichts höher gebaut werden Also es gab eine maximale Bauhöhe und man hat natürlich bei einer maximalen Bauhöhe eine maximale Raumausnutzung, wenn man sie flach baut Weil man auch bis in die äußerstnecken, Spitzen und Kanten Zimmer hineinsetzen kann Ich glaube aber warum gerade rund um den Dom? Die Häuser durften nicht über eine gewisse Höhe rüber Warum nicht? Nicht höher als der Dom Der Dom ist aber ziemlich hoch Da ist an dem Dom was dran, entweder wie gesagt, eine Uhr ist es nicht, aber eine Figur oder irgendwas Vielleicht ist es um den Dom herum auch sowas wie, also vielleicht ist da noch ein Rathaus gewesen Vielleicht ist es eine Art Seilbahnfunktion, also vielleicht kann man sich aus dem Dom abseilen Irgendwo hin und diese Bahn muss frei sein Ich glaube eher, dass einer der Bischöfe oder wie auch immer Kardinäle, die da gewohnt haben, so ein begeisterter Basejumper war Fallschirpen-Springer Und da der natürlich auch Basejumper oben aus dem Kirschturm raus landen wollte in der Nähe Und hier hat der natürlich gesagt, spitze Dächer ist zu gefährlich, kann man abrutschen, lass uns einfach Bungalows in der Nähe haben, da kann man besser drauf landen In welchem Jahr soll das gewesen sein? Äh, 738, äh, belegt was weiß der Bernhard sehr gerne Hat er gewohnt eigentlich, der hat doch, hatte der dann eine große gewohnt, eine Pfalz, ein Schloss Alles was mit Taubenscheiße zu tun Mit wem? Taubenscheiße Weil das auch flach, der hier schön aussieht Die Tauben kacken lieber auf ein flaches Dach und deswegen wird der Dom da nicht so zugeätzt Es ist was an diesem Dom dran und das muss man sehen oder, oder muss man, ja muss man sehen Kann das das sein? Da ist nix dran, dran ist da nix Aber eine Person guckt da raus, es ist ja kein Muheziehen, also wir sind ja im Katholischen Hat es was mit den Glocken in dem Turm zu tun, den Schwingungen und den Reaktionen oder Die Schallwellen der Glocke, die müssen sich schön wabern und verbreiten und deswegen Würden die Häuser das irritierenden stören Vielleicht wieder reflektieren oder so, so eine Art Echo-Effekt Ja, ja, genau Markus? Nee, ne? Der ist ja ganz sicher, guck mal, ganz, der sitzt da ganz cool, sagt, die denken, lass die mal weiterraten, die kriegen die nie raus Die Häuser sind aber nur alte Häuser Darf man das sagen, wie hoch sind die Häuser trotzdem? So wie dies hier? Nee, niedriger Also in Köln war das doch so, dass zum Beispiel in der Altstadt früher sehr, sehr schmale Häuser gebaut wurden, weil damals nach Fassadenfläche, Steuern oder Gebühren bezahlt werden mussten Vielleicht war das in Aachen so, dass das irgendwie nach Höhe berechnet wurde und irgendwie trotzdem irgendwelche findigen Kaufleute eine gute Wohngegend haben wollten, die rund um den Aachener Dom war und haben deswegen nur sehr flach gebaut, weil oben dieser Giebel oder dieser Speicher, den sowieso keiner groß braucht, einfach noch mehr Steuern oder Gebühren mit sich gebracht hätte Richtig, richtig, oder die Sicht verspackelt Ich finde das mit Steuern aber groß Ich finde das mit Steuern aber groß Daneben wohnen ja unsere Freunde, die Holländer Die Holländer sind ja normalerweise gerne auch im Wohnwagen oder im Zelt zu Hause Und vielleicht wohnten damals 743 viele Holländer um den Aachener Dom, weil das damals irgendwie noch zusammengehörte Und das waren alles Hanfplantagen auf den Flachdeckern Wir wissen doch, wir wissen doch, wir wissen doch, dass Aachen ein Kurort ist und sich eigentlich Bad Aachen nennen könnte Das ist aber nicht tut, weil sie als erste im Alphabet stehen wollen mit ihren zwei A's Vielleicht sind ja irgendwelche unterirdischen Quellen dort, die diesen Kurort zu einem Kurort machen Und aufgrund des Gewichtes der Häuser dürfen die nicht schwerer sein als, frage mich nicht Und vielleicht sind die deswegen so klein die Häuser Vielleicht, äh, das heißt vielleicht Man konnte die Dächer bestuhlen für große Messen, die dort... Das ist wirklich gut, Bestuhlung! Ja, und dann konnte man eben lauter Klappstühle auf die Sitzung Ja, das findest du! Ganz Aachen versammelte sich im Sommer Keine Klappstühle Aber Bänke, das war nämlich eine Open-Air-Messe und da oben wurden Banking, damit noch mehr Leute dem Vaterunser... Es war keine Messe Dann war es halt irgendeine Ansage Die Krönung! Die Kaisersprönung! Versammlung, Weihnachtsmarkt! Der alte Messe... Der Weihnachtsmarkt ist gut, der ist gut in Aachen Ich glaub, er sagt mir das alles falsch, aber ihr redet wieder so schön Also was, also was, was war das denn? Warum denn jetzt Flachdächer? Warum? Damit da oben Leute zugucken konnten, was was auf diesem Platz vor dem Dom vielleicht passiert Was waren das für Leute? Verkaufleute, da waren Stände drauf Messe! Adlige oder irgendwelche... Adlige und... Kirchenleute waren das! Ähm... Kardinäle, Bischöse... Militär war da oben Wie nennt man denn solche Menschen in kirchlichen Kreisen? Die auf Dächern stehen! Nein! Priester! Priester! Messdiener! Welche Menschen nennt man wie? Bischofskonferenz! Die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Kapläne, die Messdiener... Gemeinde! 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 Die Gemeinde! Zuschauer! Das Wort muss ich hören, sonst kann ich es nicht gelten lassen Aber Sie sagen jetzt, dass das richtig ist? Bis jetzt ja! Ah, geil! Dann kommen wir auf! Hat da unten eine kirchliche Veranstaltung stattgefunden? Lass mal her... Hat da irgendeine Messe oder ein Gottesdienst... Da steht irgendwas... Lass mal her... Hat da unten irgendwas Kirchliches stattgefunden? Es hat was stattgefunden, ja! Kirche sagt er nicht! Taufen! Eine Taufe! Die Kaiserkrönung! Die Kaiserkrönung? Die Kaiserkrönung nicht! Wir lassen uns mal bei Kirche bleiben! Die Frage ist, welche Leute da oben drauf gestanden haben? Welche Leute? Gibt es ein ganz bestimmtes Wort? Das muss ich hören! Aus kirchlichen... Aus kirchlichen Kreisen! Da sind wir ja... Soldaten! Nein! Aus kirchlichen Kreisen! Kardinäle Büsche! Kardinal! Erst eng sind sie das nicht die Soldaten! Komm! Komm! Die Gemeinde... Die Gemeinde... Vom Vatikan... Wie heißen die denn? Er spricht... Mönche... Mönche... Ich hab Mönchen gesagt, da hab ich hier eine Chance noch! Außer Mönchen noch eine Chance! Was gibt's denn? Warte mal... Was kann das denn noch sein? Wir haben ja schon fast alle... Ich kenn mich eigentlich da! Oh, da gibt's ja noch alles genannt, was es gibt! Ja, aber Konvent! Nonnen? Nonnen? Sondern auf Nonnen? Lass uns erstmal noch gucken! Ich denke aber, auf die Dächer werden doch eher normale Leute gestellt, als irgendwelche Würdenträger der Welt. Ja, sagt ihr schon! Das ist richtig! Normale Leute! Normale Leute, aber normale Leute... Aber wie heißen die? Oder vielleicht Büßer oder Leute, die irgendwas büßen? Nee, lass uns mal ganz normal... Vielleicht sind es eben keine Ämter, sondern Gemeindemitglieder, die aber irgendeine Funktion haben! Schärfstück! Tja, Markus, lassen wir uns mal einen Daumen drücken! Ja, aber dann lass uns mal... Also wir haben keine Funktion in der Kirche, sondern es geht darum... Das sind Menschen, normale Menschen aus der Gemeinde, die aber etwas Besonderes tun, vielleicht beim Gottesdienst oder so... Ein Theologen? Das kannten die damals noch nicht! 10! Oder bei der Kommunion? Ich hasse sie! Ach, ich fange! Wir sind sofort wieder auf den Boden, Herr Balder! Aber sofort! Dann kriegt Markus sofort das Geld! Stimmt! Bei der Kommunion? Chor! Singen! Der Chor! Also entscheidet euch! Für was? Chor Glaune? Nein, was ist das Kommunion? Einbaut brauche ich! Der Kirchenchor steht da oben! Wer steht da oben? Der Kirchenchor! Der Kirchenchor! Falsch hinsetzen! Diese flachen Dächer dienten im Mittelalter sozusagen als Tribünenplätze für Pilger! Nein! Warum? Scheiße! Alle sieben Jahre seit 1349 werden auf der Turmgalerie die Reliquien des Doms öffentlich gezeigt. Zuletzt im Jahr 2000. Dabei handelt es sich um die Windel Jesu, ein Kleid Mariens und das Enthauptungstuch Johannes des Täufels. Und das sollen alles Originale sein? Weiß ich nicht! Und um den Pilgern eine gute Sicht auf diese Reliquien sichern zu können, gab es im Mittelalter eine Bauauflage, wonach die Häuser rings um den Dom ab einer bestimmten Höhe nur ein Flachdach haben durften. Markus! 500 Euro für Sie! Super! Einen Glückwunsch! Er hat gezittert! Also! Was mir aber trotzdem gut gefallen hat ist, dass er zwischendurch seine Siegesgewissheit etwas verloren hat! Verloren! Er hat ein bisschen geschwitzt! Ja, ja! Ist egal! Er hat 500 Euro bekommen! Ja, wir freuen uns! Herr Beiger! Ja, mich freut das besonders! Wenn Sie auch 500 Euro haben möchten, nichts einfacher als das, schicken Sie eine Frage mehrere, auch 2000, wenn Sie haben. Ganz egal! An genial daneben 50 636 Köln oder Sie rufen an 01 378 10 11 20 oder einfach eine E-Mail fragen-at-genial-daneben.de Jetzt kommt eine Frage speziell für Bernhard Hoheka. Das ist irgendwas über kleine oder andere? Nein! Nein! Und zwar gestellt von Lorin Timaeus aus Bad Arolsen oder Arolsen liegt in Hessen. Lorin möchte wissen, warum lässt die nordamerikanische Schwarzkopfmeise im Frühling ihr Gehirn schrumpfen? Soll ich die Frage nochmal wiederholen? Warum lässt die nordamerikanische Schwarzkopfmeise im Frühling ihr Gehirn gespürt? Ich habe eine Idee, ich glaube ja Frühling oder so, da gibt es ja dann auch eventuell Nachwuchs vielleicht irgendwann und die Schwarzkopfmeise ist, glaube ich, eine, die kein Nestbauer ist, sondern gerne auch mal eins der Eier mit sich im Fluge herumträgt und da die sonst zu schwer werden würde, muss sie das Gehirn ein bisschen schrumpfen lassen, damit der Gewichtshaushalt ungefähr gleich bleibt. Sonst fällt die runter, wenn sie fliegt. Genau, sonst stürzt sie ab und ich glaube, das ist die richtige Antwort. Aber warum ausgerechnet das Gehirn? Ja, was soll die denn sonst kleiner machen? Die Flügel, dann stürzt sie sowieso ab. Also ich glaube eher, dass es nicht das Gewicht ist, sondern der Platz, das Ei der nordamerikanischen Schwarzkopfmeise, ist nämlich sehr, sehr groß, fast so groß wie die Meise selbst, abzüglich der Schädeldecke. Das heißt, das Ei voll auszubilden, erfordert einen Platz bis hier oben und dazu wird das Gehirn natürlich auf ungefähr zwei Millimeter Breite gepresst. Nein, das ist viel zu kompliziert, das ist natürlich Sex. Die müssen es zeugen, ja, aber die können sich den Partner ja nicht schön trinken, deshalb müssen sie das Gehirn schrumpfen. Herr Balder, ich wette, ich wette, das stimmt, man sagt doch auch, dumm fickt gut. Das englige Instinkt immerhin besser. Womit wir bei mir wären, ich hatte eine alberne Theorie einfach vom Winterschlaf, vielleicht macht die ja so lustige Sachen, dass sie nicht wegzieht irgendwie in den Süden, weil die schon lustig da... Die überschläft den Winter und dabei passieren chemische Prozesse, dass das Hirn sich ausdehnt und im Frühling... Ach, als Winterschutz ist das Gehirn aufgebläht, als Mütze. Das Gehirn als Thermostecke. Warum schrumpft sie es im Frühling? Das ist die Konsequenz von Aufblasen im Winter. Auffällig ist natürlich, dass die Schwarzkopfmeise heißt. Ja. Das heißt, das ist, vielleicht lebt ihr in der Wüste und das ist vertrocknet. Oder die macht Werbung für Shampoo. Ja, Guido. Schwarzkopf. Natürlich. Achso, ich dachte, Meise. Wir hatten es ja bis dahin nicht verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Der Ball aber nicht. Der Onkel, der braucht doch länger. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, Meise... Aber es ist denn wirklich so, was du eben auch sagtest mit dem Schönsaufen, können sie ja nicht. Natürlich, dass mit diesem Schrumpfprozess bestimmte Teile im Gehirn in der Tat abgeschottet oder gedämpft oder gedämpft oder was auch immer werden, damit die Dinge tun können, die sie bei vollem Gehirnvolumen nicht tun könnten, weil sie Angst haben oder weil sie... So nicht, nein. Aber sowas ist uns ja allen schon mal passiert. Aber es werden ja bestimmte Gehirnbereiche dann nicht mehr benötigt. Was braucht denn so eine Meise im Winter, um überleben zu können? Ein Thermometer. Zum Beispiel, ja. Körpertemperatur regulieren. Ach so, sowas. Ja. Aber mit dem Peinlichter sind wir doch in der richtigen Richtung, oder? Mit wem? Ah, ah, ah. Die haben, die verstecken im Herbst ihre Früchte, die sie gefunden haben. Finden die wieder. Und speichern sich das in ihrem Gehirn. Und wenn die die wiederfinden, bauen die die Zellen ab, wo die Informationen drinstecken und brauchen das dann nicht mehr. Ne, so ist es nicht. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber so ist es nicht. Also irgendwelche Gehirnfunktionen werden quasi eingeschränkt, die sie dann nicht mehr brauchen. Ah, die sie in Wefer gebraucht haben. Das heißt, als Zugvogel ist er jetzt zurückgekehrt im Frühjahr und braucht nicht mehr. Ach, das Navigationssystem. Ja, das ist nicht mehr. Also langsam, langsam, langsam. Ja, richtig. Die freundliche Stimme im Kopf der Blau. Halt da mal. Nichts abbiegen. Moment, Moment. Wiederholen Sie nochmal, Hoheka. Was haben Sie eben gesagt? Ganz langsam. Ganz langsam. Nicht, dass es hinterher wieder heißt, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Also, warum lässt die nordamerikanische Schwarzkopfmeise im Frühling ihr Gehirn schrumpfen? Antwort. Weil sie es dann nicht mehr braucht. Also den Teil, der schrumpft, den braucht sie nämlich, um im Winter, das ist vor dem Frühling, Herr Balder, aber auch nach dem Frühling, wenn man es genau nimmt, dann, der war für mich, das ist okay, beruhigen Sie sich wieder. Damit sie, also sie braucht das, was wegschrumpft, braucht sie während dem Winter, um ihre versteckten Sachen, die sie vor dem Winter, nämlich im Herbst gesammelt und versteckt hat, wiederzufinden. Vielleicht geht es nicht um Nahrung, um da was anderes, was sie wiederfinden. Das heißt im Klartext, sie muss das im Frühling nicht machen. Warum nicht? Weil dann ist ja, da gibt es ja was zu essen. So lass es gehen. Ja! 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 Die Schwarzkopfmeise braucht im Frühling einfach weniger Hirn, weil sie genug Nahrung hat und die sie sofort sieht. Das ist wie bei All-Inclusive. Wie bei All-Inclusive. Also Club-Urlaubern. Exakt. Ähm, Vollpensionen. Ja, Lorin, es tut mir leid, aber Herr Hoeker hat wieder zugeschlagen, was soll man machen? Dafür wird die nächste Frage wieder richtig schön. Sie kommt von Rolf Geißler. Er wohnt in Bad Nennendorf, das liegt in Niedersachsen. Und jetzt hört mir bitte genau zu, Rolf möchte wissen, warum werden rot gefärbtes Stichlingsmännchen sehr oft blass, wenn ein Rivale den Zick-Zack-Tanz aufführt? Also der Zick-Zack-Tanz, der dient ja der... Soll ich es noch mal wiederholen? Ne, ne, wir haben es verstanden. Also... Zick-Zack-Tanz dient ja der Paarungsvorbereitung. Natürlich. Und die sind ja für Rivalenkämpfe bekannt, Stichlinge. Das heißt, der eine verliert die Farbe als Vorbereitung auf den Kampf, oder er möchte sich quasi tarnen. Das heißt, er will sich nicht als Männchen unsichtbar machen, quasi, damit es nicht zum Kampf kommt, weil der andere offenbar stärker ist. Weibchen sind heller mit anderen Worten. Das hat mit Kampf nichts zu tun. Männchen ja, aber mit der Paarung. Ja. Mit dem Nestbau. Vielleicht sind ja Stichlingsmännchen bei den Fischen die Eierträger und die Eier sind rot und der verliert die alle in einem Mal, um zu kämpfen. Das ist gut. Aber Männchen, das eine Sturzgeburt hinlegt. Es gibt doch bei den Clownsfischen, das ist doch zum Beispiel so, dass die ihr... Mach weiter. Ich mach doch mal weiter. Dass die ihr Geschlecht verändern. Also da sind irgendwie alles Männchen und wenn das Weibchen stirbt, wird der nächste Männchen, äh, wird das nächste, also... Sag mal, hast du ziemlich lange Findet Nemo geguckt? Nein, da ist das aber so. So, und da ändern die ihr Geschlecht. So, und vielleicht... Die klauen Fische, nicht die Clowns, die ich kenne, weißt du. Nein, die klauen Fische. Nee, die klauen keine Fische. Die kaufen die im Geschäft. Das ist nur in Polen so. Nein, so, und das ist so, da treffen sich zwei... Fische. Die sind Männer. So, jetzt macht der eine einen Zickzack, dann sagt der andere, gut, mach du einen Zickzack, werd ich eine Frau. Das war der Bekampf, muss er seine Farbe verlieren. Und zack, um, passen sie ineinander. Was ich jetzt so jämmerisch... So ist es nicht, nein. Aber es hat sehr viel damit zu tun. Ihr nähert euch, aber so ist es nicht. Also bei den Stichlingen ist das doch so, dass jede Handlung, die eine andere Handlung des Gegenübers hervorruft. Appetenzverhalten heißt das so. Daran kann ich mich neu erinnern, im Biologieunterricht. Aber dann hakt es auch aus. Das heißt, der Stichling verliert die Farbe und der andere reagiert damit ganz typisch und weiß jetzt, aha, Bahn frei, ich gehe ins Nest. Oder keine Ahnung, was dann kommt. Das heißt, einer macht... Dann macht das andere... Und dann machen beide... Der eine sagt, ich mache einen Zickzack-Tanz, der andere sagt, genau. Ich mache einen Zickzack-Tanz, der andere sagt, ich weiß. Was? Was? Was ist denn da? Was ist denn da? Nein! Nein! Also, es ist ja... Es geht ja so in die richtige Richtung, aber es stimmt noch überhaupt. Sind das denn jetzt zwei Menschen, zwei Weibchen oder... Zwei Tänzchen-Kinder? Also natürlich Rivalen. Warum werden rot gefärbte Stichlingsmännchen sehr, sehr oft blass, wenn ein Rivale den Zickzack-Tanz aufführt? Also die kämpfen ja auch um die Frau. Also Lasse sieht jetzt den Rivalen und weiß, aha, jetzt gibt es Konkurrenz. Ich verliere mal die Farbe. Was will er damit... Ah, es ist nicht... Ah, es ist nicht... Die werden mit... Wenn sie fruchtbar werden, dann werden die farbig. Und jetzt sagt er dem Rivalen, ich bin gar nicht fruchtbar, lass mich bitte in Ruhe. Wie wäre es denn, wenn es umgekehrt ist wie bei Menschen? Weil wenn jetzt sich zwei Kerle auf der Münchner Wiesn oder wo auch immer prügeln wollen, dann haben sie doch gern mal einen roten Kopf vor Wut. Ja. Vielleicht ist das bei den Schichtlingen genau umgekehrt. Also es hat was mit der Blutzirkulation zu tun. Dass die aber eben kein rotes Blut haben, sondern weißes Blut. Es gibt ja auch Hummer, die haben blaues Blut zum Beispiel. Vielleicht haben die ja eine andere Blutfarbe. Das heißt, wenn die einen Hals kriegt, was? Adelige haben auch blaues Blut. Ja, ja, ja. Vielleicht verschluckt er sich vor Schreck. Der nimmt also zwei Liter Wasser auf in dem Moment. Damit wird die Farbe verdünnt. Das ist nur noch ein ganz blasses Rosa. Ein ganz blasses Rosa. Nicht mehr ganz. Ja. Aber er macht sich nicht unsichtbar. Das ist es nicht. Er macht sich nicht unsichtbar. Nein. Er wird einfach nur blass. Es passiert etwas aber, damit er auch in diesen Zickzack-Tanz mit einsteigen kann. Nein. Der will was ganz anderes und ich werde es euch sagen. Wer macht das ganz geschickt? Also, dieser Männchen erblassen mit voller Absicht. Grund. Wenn die Stichlingsmännchen blass sind, dann sehen sie aus wie Weibchen. Sind zwar keine, aber sehen so aus wie Weibchen. Das hatten wir schon. So weit sind wir. Sie können sich so anderen Weibchen nähern, ohne von männlichen Rivalen verscheucht zu werden. Und löst der Zickzack-Tanz eines rot gefärbten Männchens bei einem Weibchen die Eierablage aus, dann flitzen die erblassten Männchen schnell dorthin, besamen die Eier, bevor das rot gefärbte Männchen Gelegenheit hat. Man kann also sagen, der eine baggert und der andere kommt zum Schluss. Ja gut, aber meine Frage. Da haben wir aber auch eine Frage. Ja, aber das ist doch... Da hab ich aber auch eine Frage. Ich auch. Da hab ich aber auch eine Frage. Wieso sind die denn so geklaut und lassen wir auch noch rot rum? Eben. Weil es wie im Leben auch bei den Stichlingsmännchen ein paar Bekloppte gibt. Die sind nicht alle so flug und werden glass. Ein paar müssen. Der andere verkleidet sich als Frau und schleicht sich quasi ein Haarem ein. Das ist wie Karneval, wenn quasi einer so als Zigeunerin geht und dann die alle schwängert. So. So. Aber sehr, sehr interessant finde ich das und sehr intelligentes Stichlingsmännchen finde ich. Großartig. Ja. Und Rolf Geisler kriegt 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen sehr. Das ist auch gut. Wir kommen zu Christoph Till. Er wohnt in Strela. Das liegt in Sachsen. Und Christoph möchte gerne wissen, warum wurde 1956 in der DDR eine Briefmarke zum 100. Todestag Robert Schumanns für ungültig erklärt. Wiederholt es nochmal. Für ungültig. Also 1956 war Ungarn Aufstand. Robert Schumann, eventuell hat er ein Stück geschrieben, das während des Ungarn Aufstandes eine besondere Bedeutung hatte, dass da als Hymne gesungen wurde so etwas. Und um das nicht zu unterstützen, zog man die Briefmarke aus dem Verkehr. Stimmt nicht. Robert Schumann, ich sage es mal für alle, Komponist natürlich. Diese Gedenkbriefmarke wurde am 30.09.1956 für ungültig erklärt. 30.09.1956. Also ich habe es überhaupt noch nicht. Immer nicht verstanden. Ich sage es nochmal für Frau Wahnsinn. Moment. Ich versuche es mal zu fragen, ob ich es verstanden habe. Also wir reden von der DDR. Dass die überhaupt 56 schon DDR hieß. Ich dachte das hätte sich erst viel später. Also BZ vorher. Ja. Gut. Und die haben... Die haben eine Briefmarke rausgebracht. In dem Jahr 56 haben die die Robert Schumann Briefmarke rausgebracht. Zum hundertsten Todestag. Zum hundertsten Todestag. Und haben die sehr schnell danach wieder als ungültig erklärt. Warum? Weil sie irgendwas politisch mies... Muss politisch sein. Also die haben es irgendwie einen schlechten Beigeschmack gehabt. Vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen Grund. Das muss ja nicht... Vielleicht hat ja die BRD zur gleichen Zeit auch eine Robert Schumann Gedächtnis Briefmarke rausgebracht und die hat einen dicken Hals. Nach dem Motto, wir haben ja auch gerne mit Goethe und Schiller so ein Theater gemacht. Das sind unsere Dichter und Denker, die Sachsen. Und vielleicht war der Schumann ja irgendwie, weiß ich nicht, dann doch in Kölle am Ring geboren und so. Und die wollten sich eigentlich einen drauf runterholen, dass der auch ein alter Sachse war. Irgendwie sowas. Da war was drauf auf diesem Motiv der Briefmarke, was quasi Anstoß erregte. Ja, nicht Hammer und Sichel, sondern Hammer und Meißel. Ein 500er Benz ist aus dem Kopf geraten. Können wir nicht noch mal dabei bleiben, was der komponiert hat? Und dass wir da... Was ist das denn ganz überraschlich? Ich denke, das ist profaner. Mit Komponiert. Ich glaube nicht, dass die so subtil denken mit Musik. Ich glaube, es ist vielleicht eher, dass da Deutschland drauf stand oder Republik Deutschland, sowas. Ja, aber die sind ja nicht blöd. Doch, stimmt. Doch, doch. Hast recht. Schumann, Schumann-Plan. Äh, europäische Gemeinschaft. Robert Schumann? Ach, das sind andere, das sind Politiker zu der Zeit, auch Robert Schumann hieß. Dass sie den verwechselt haben oder was? Dass man den hätte verwechseln können, aber es war nicht opportun, einem der Gründer der europäischen... Vielleicht, als du eben sagtest, auf den falschen Geschmack gekommen, äh, vielleicht schmeckte die einfach scheiße. Und die, die wollte keiner haben. Vielleicht war, hat es was mit der, mit der, ähm, Währung zu tun, also mit dem, ähm, wie sage ich das jetzt? Mark, Mark, Ostmark. Ja, ja, ich meine jetzt mit der, ob es jetzt 5 Pfennig oder 10, äh, mit der, mit der Bezeichnung, also mit dir, mit dem Wert, danke. Mit dem Wert. Mit dem Wert der Marke zu tun? Nein. Der ist vielleicht 30 Jahre vorher gestorben und ich... Die haben sich vertan, das stimmt gar nicht. Ja, die haben sich vertan bei dem Hunde, das war gar nicht der 100. Todesal. Genau. Das war der 99. Hundertste, aber es passiert. War der eigentlich der Mann von Clara Schumann? Nee, das war der... Das war der 100. Das war nicht der Mann von... Nee, nee. Es war der richtige Hunde. Aber am 30.09. Also da... Sie sagten dieses Datum mit so einem Gesichtsausdruck... Am 30.09. ist sie wieder für ungültig erklärt worden. Genau. Sie war also gültig eine Weile. Sie war gültig, aber nicht allzu lange. Wir hatten doch schon mal irgendwas, dass man... Im Prinzip genau drei Tage. Drei Tage nur. Das war in Holland. Genau. Wo man den Stempel wieder abrubt. Aber es war 54 kein Thema gewesen. 56. Egal. Vielleicht hat es die Farbe nicht gehalten? Ja. Nein, es ist was politisches. Also, was? Ist das was politisches? Nein. Gut, danke. Es ist was Profanes. Es ist was Profanes. Ja. Aber der hat Spaß, der Mann. Guckt mal, der Spaß hat. Ja, hinten die falsche Plaste und Elaste drauf, das hielt nicht, das Ding. Vielleicht haben die... Das hielt nicht auf den Briefen. Das klebte nicht, meinst du? Das klebte nicht. Meinst du, die Gummierung war... Die Gummierung war noch nicht vom... Nein. Die haben es geklaut worden. Die klebte. Die haben Schumann richtig geschrieben. Ist vielleicht irgendeine Lieferung falsch irgendwo angekommen? Nein, ist alles angekommen. Da waren keine Zähne dran. Da waren Zähne dran. Ganz viele. Der Stempel haftete nicht. Haben wir schon mal gehabt. Ganz viele Zähne waren da dran. Und der Stempel haftete auch dran. Der Stempel haftete. Was war denn der Wert? Schüss nicht mit dem Westen. Nein. Ah ja. Nein. Gab es einen Druckfehler? Nein, auch nicht. Wie was? Also einen Herstellungsfehler. Wie sollte der ausgesehen haben? Zum Beispiel grüner Kopf auf grünem Grund oder sowas. Oder das Bild sah Adenauer ähnlich und das wollten sie nicht auf die Karten schreiben. Da war doch auch Olympiade, nicht? In Melbourne. 1996. Also du begeisterst mich heute mit deinem... Schumann war ja nicht nur Kompromiss, sondern auch Kugelstoßer damals. Das war ein kanadischer Kugelstoßer, der damals drei Goldmedaillen gewonnen hat. Das war ja auch. Spätsommer natürlich. Natürlich. Drei Goldmedaillen hat er gewonnen. Im Kugelstoß. Es gibt ja unterschiedliche Kugelstoßdisziplinen. Und da waren die dann gültig. Vielleicht... Oh mein, die war drei Tage gültig. Vielleicht ist die am ersten Tag... Ach, waren die drei Tage gültig? Ja, am ersten Tag ist Robert Schumann gestorben und am dritten Tag ist er auferstanden. Unangenehm auf, dass Robert Schumann aussah wie Margot Honecker. Und das konnte nicht durchgehen in der DDR. Also ihr wisst es nicht. Aber krummen Sie da. Ich zeig uns jetzt die Marken. Ich hab ja die Marken hier. Deswegen werde ich es euch jetzt sagen. Ich kann sie auch gerne rumgehen lassen. Ihr müsst gute Augen haben. Und dann sehen wir das. Dann seht ihr das. Ich mach das jetzt mal so. Dann können wir uns das genau angucken. Ich halte das jetzt auch ganz ruhig und sage es euch. Hier ist es die 20 Pfennigmarke. Grund. Und die Noten, die hier im Hintergrund zu sehen sind. Es handelt sich bei der Marke um die Vertonung von Goethes Wanderers Nachtlied von Franz Schubert. Kann passieren. Und nicht von Robert Schumann. Ganz halte. Es waren einfach falsche Noten drauf. Es war ein völlig anderes Lied drauf. Deswegen wurde die Marke nach drei Tagen aus dem Verkehr gezogen. Hätten wir drauf kommen können. Wie geil. Das finde ich witzig. Da haben sie irgendwelche Musiker hingesetzt und haben... Lilalila. Beim Lecken. So sieht es aus. Christoph Till aus Strehler. 500 Euro für Sie. Gratulieren. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aber Herr Beiner, ich muss einfach... Ich muss noch mal meckern, weil wir haben nach einem Druckfehler gefragt und im weitesten Sinne war es ein Druckfehler. Nein, es ist kein Druckfehler. Es ist einfach ein Fehler der, wie soll ich sagen, der sogenannten Briefmarkenredaktion, wenn man das so bezeichnen kann. Es ist ja kein Druckfehler gewesen. Aber wenn wir jetzt weiter in dem Bild geblieben wären, auf der Marke wäre etwas falsch gewesen. Wenn einer von euch gesagt hätte, da waren die falschen Noten drauf, hätte ich gesagt, das ist richtig. Hat aber keiner gesagt. Aber solange er Briefmarkenredaktion sagt, lass ihn doch einfach weitermachen. In der Briefmarkenredaktion. Ist klar. In der Briefmarkenredaktion. Briefmarkenredaktion. Ja, natürlich. Mir ist nichts anderes eingefallen. Wie heißen die Menschen denn in Briefmarkenredaktion? Weiß ich doch nicht. Sie haben gesagt Briefmarken. Briefmarkendesigner. Filatillisten. Filatillisten. Das ist ein schöner Name. Jetzt ist das Vic MediNight auch richtig eingekickt bei mir. Thomas Hermanns wird sich heute Nacht richtig gut erholen und das wünschen wir ihm auch. Und Ihnen wünschen wir alle ein schönes Wochenende. Das war genial daneben. Tschüss.